Und hier ist das Team, das München RFC. Das ist dein Tag, das ist dein Hauptgrund. Ja! 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 Willkommen zurück auf dem Kanal. Nach dem Einstimmungsvideo zum Spiel Münchner RFC gegen Heidelberger Ruderclub kommt jetzt die Long Version zum Spiel selber. Das war ein Spitzenspiel auf Augenhöhe. Schaut euch diese Highlights an, die ich euch jetzt zeige. Das lohnt sich auf jeden Fall auch live vorbeizuschauen. Das kann ich wirklich immer wieder betonen. Ein unglaublich athletischer Sport. Da steckt aber auch viel Taktik drin. Die WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ich habe zum Beispiel auch jetzt eine längere Zeit-Lupen-Aufnahme später am Start hier, wo ihr einen ganzen Spielzug seht. Und das ist wirklich faszinierend, das auch anzuschauen, wie so ein Spielverlauf auch sein kann. Da gehört unheimlich viel Athletik, Schnelligkeit, aber auch Taktik, Weitblick dazu. Und auch wer anspielbar ist, ob man nach vorne kickt oder ob man den Durchmach schwagt und den Gegner verwirrt mit Ausfallschritten und dann doch woanders reingeht. Hat richtig Spaß gemacht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich denke, ich verrate nicht zu viel, dass es für die Münchner doch recht gut ausgegangen ist. Ihr kennt sicherlich das Ergebnis. Aber es war am Ende doch recht knapp. Auch wenn die Münchner am Ende natürlich mit ein paar weniger Spielern auf dem Platz hier den Sieg wacker erkämpft haben. Aber auch hier Glückwunsch an die Heidelberger. Wie immer war das eine sehr faire und sportliche Angelegenheit und mir gefällt es unglaublich gut, wenn die Spieler sich auch am Schluss wieder abklatschen. Viel geredet. Schaut es euch an. Die Bilder sind toll. Ich bedanke mich fürs Reinschauen und checkt auch das Einstimmungsvideo, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Das würde mich freuen. Aber jetzt viel Spaß. Los geht's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nicht wahr, nicht wahr, nicht wahr. Nicht wahr, nicht wahr. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.